Der als U-Bahntreter von Berlin gesuchte Mann ist gefasst. Der 27-jährige Bulgare wurde bei der Ankunft am zentralen Busbahnhof der deutschen Hauptstadt festgenommen. Die Bild-Zeitung berichtet, sein Bus sei aus Südfrankreich gekommen. Ein Fahrgast habe den Verdächtigen erkannt. Der Mann hatte auf einer Treppe in die U-Bahn offensichtlich grundlos eine Frau in den Rücken getreten. Die Frau stürzte die Treppe hinab und brach sich den Arm. Der Täter und seine Begleiter gingen weiter. Zur Fahndung nutzte die Polizei die Bilder einer Überwachungskamera. Diese Bilder lösten weithin Bestürzung über die Brutalität der Männer aus.